Servus Leute, heute gibt's ein Raid von meinem zweiten Account. Ich war auf Interchange unterwegs in der Nacht und hab mir zum ersten Mal ein gutes Nightwishen gekauft. Und ja, das hat sich auch gelohnt. Ich war eigentlich unterwegs, um die Gesells abzulegen und die Helme und die Comtex. Ich weiß gar nicht genau, wie die Quest heißt. Der Account ist so um Level 32 rum. Aber ich musste mich dann ordentlich verteidigen und mit dem ein oder anderen Streamsniper mich auseinandersetzen, nachdem ich ja auf dem Account meinen Namen nicht verberge. Wusste vielleicht die ein oder andere Truppe, wo ich bin, aber ganz sicher kann ich mir da nicht sein. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Ist auf jeden Fall eine sehr actionreiche Runde. Schaut's euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch. Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Yep. Das ist genau, wo ich spawnen wollte. Perfekt. Topf. Wir müssen einmal quer durch. Ding, 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 ding. Ihr verdient gar kein Taschengeld? Selbstverständlich. Ding, 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 ding. Der Eisbund, der Eisbund ist da. Move live, Mindsat. So, wie es hier geht. Leo, dankeschön für 5% Bits. Danke fürs Ding, Ding, Ding und den Support. Ja. Da müsste noch jemand mit einsteigen für den Halbzeit. Danke dafür. Naja, ich mache das halt in der Geschwindigkeit, wie ich es halt mache, ohne da groß drauf zu achten. Oh Mann. Danke für die Bits auf jeden Fall. Danke für die 200 Bits. Und danke fürs Auslösen vom Hype Train auf Level 2 oder Level 1. Ich bin mir nicht sicher. Danke für den Support. Danke für Level 1 und 50%. Echt? Mit so viel Bits? Okay. Das ist jetzt etwas knifflig hier, weil ich genau durch muss, wo hier ein paar Leute durchkommen. Ich meine, ich brauche Kills, aber nicht, wenn ich gerade meinen Mule habe. Ja, mein Main-Account ist, was? Level 67, 68? Mache ich immer jeden Vibe. Oh Gott. Zweiter Account, bisschen spielen. Oh shit. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich bin drin. No. What? Let's go Let's go, let's go, let's go Ich bin tot Leleimbargo, danke für die 5 Ne, ich hasse es Save my gear, save my gear Oh mein Gott, save my gear Let's go Let's go, let's go, let's go Wollt ihr mich rollen, ey? Da hinten, auch da Ich bin tot Ich hab keine Nets mehr Ich könnte tot sein, aber egal Ich leg das jetzt ab Den feide ich notfalls selber, äh später Go, 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 lauf Leleimbargo, danke schön für die 5 Gegifteten, 57 insgesamt Danke für den fetten Support und den Beitrag zum Hype Train Sorry, ich war gerade etwas, ne, hier, ne Und irgend so ein Busch ebenfalls, danke für den ersten Gegifteten Danke für den fetten Hype Train, Leute Und auch Lumbi, danke für die 200 Ey, ich hab keine Ahnung Wie ich hier noch rausgekommen bin, ohne überhaupt getroffen zu werden Eigentlich hätte ich hier Massivs einfach tot sein müssen Ich hab gerade einfach Vollgas ne Flash gefressen Aber das merken die halt nicht, Gott sei Dank Xenons, danke schön für die 100 Leute, danke für den fetten Support Ey, ohne Mist, Blendgranate hab ich schon lange nicht mehr abbekommen Oh, oh, ja, wie er mir hinterherkommt Habt ihr ihn gesehen? Du kleine Natter, ey Wie, wie sein Kollege hier am Stream schauen ist Willst du mich verarschen? Hat man davon, wenn man unter seinem Namen spielt Er weiß schon, was ich vorhab Kleines Stück Scheiße Die haben hier echt hinterhergelaufen kommt 100% Streamsniper Der Typ, der ich nicht getötet hab Hab dich im Auge Du Vogel Da ist er, da Ich weiß ganz genau, wo ich hinlaufe Dauert wohl noch ein bisschen Naja, Kappa Bist du ja Zeit lassen Scheißdreck Oder ein Hacker Ey, ganz ehrlich Erst hockt er in der Ecke Und dann fängt er an, mir hinterher zu sprinten Natürlich hockt er hier und Streamsnipe Das hast du mir noch nicht erzählen Er hockt jetzt irgendwo und wartet Bis ich komm Ich hab ihn hier vorne gesehen Aber er hockt halt jetzt irgendwo Ich kann da auf keinen Fall reinlaufen Jetzt so schön ist die 7 Das wär's ja Das machen wir nicht Vielen Dank für den Follow bekommen Ich will mich solche Leute abfacken Nix raffen Aber Wie man den Stream sucht Da sind sie Profis drin So, jetzt spielen wir erstmal hier Ich drück jetzt erstmal auf 3 Minuten Werbung Das tut mir leid an alle, die nicht gesuppt sind Leute, danke für den Hype Train Danke für den fetten Support Lila Embargo Insbesondere für die 5 Gegifteten War nur eine Werbung Echt, ich hab auf 3 Minuten gedrückt Okay Da war wohl nicht mehr drin Ey, scheiße Bonkers, danke für den Gegifteten Kiki, viel Spaß mit dem Sub Bonkers, danke für 614 Mein Rucksack ist noch nicht geklaut Das ist krass Beeindruckt Ich bin ja froh, dass ich's gecheckt hab Dass er mir hinterher gelaufen ist Das wär ich eh schon lang tot Das Problem ist Ich lauf gleich in den Reihen Es hagelt einfach Weil er ganz genau weiß, wo ich bin Ja Ich weiß, dass man es trotzdem sieht Ey, ich streame ja nicht, um euch nix zu zeigen Das ist Quatsch Das ist mein zweiter Account Er muss mich auch erstmal treffen Das ist mein zweiter Account Das ist wahnsinnig. Aber ich habe meine Quest fertig, das ist schon mal gut. Ey, ohne Scheiß. Hey Grampi, macht beim Zocken keinen Unterschied. Willst du mich rollen, hockst du da oben oder was? Ich glaube, der hat genähtet und die Näht verworfen. Der wollte hier hernähten. Der hat auch auf keinen Fall da hochgenähtet. Habe ich was gehört? Ey, ich will doch bloß den Scheiß ablegen in der Nacht. Hätte ich die zwei einfach mal in Ruhe gelassen. Aber nö. Oh, okay. Das war's für heute. Wo ist er zur Hölle? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da oben den Kopf gesehen hab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da oben den Kopf gesehen hab. Oh, mein Backpack ist noch da. Ich bin überrascht. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, ob der noch da ist. Wenn er irgendwo sitzen würde, müsste er eigentlich hier in diesem Grünstreifen sein. Und da kann er eigentlich nicht sein, da war ich die ganze Zeit daneben. Oder er ist oben. Ich hoffe nicht, dass er oben ist. Ich bin ein Busch. Keiner kann mich sehen. Hocken und ablegen. Okay, das ist was anderes. Danke für die 200. Okay. Das Wichtigste wäre geschafft. So. Kills haben wir auch schon. Da drin geht auf jeden Fall die Party. Oh, da oben ist er. Da oben ist er. Nicht sein Ernst, Mann. Ich komm für dich, Freundchen. Kann auch sein, dass ich ihn schon hab. Ja, ja, der hat nicht aufgegeben. Ich weiß nicht, ob der zu diesen, zu den anderen zwei gehört hat. Wundert mich, dass ich da jetzt gerade ablegen konnte. Ganz ehrlich. Was denkt ihr? Hab ich den da oben runter geschossen? Ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Safe. Ich glaube, ich hab ihn. Also, ich glaube, ich hab ihn. Ah. Ah, ich glaube, ich hab ihn. Aber schwer zu sagen. Natürlich geh ich schauen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Zwei Fuck. Okay. It's final. Okay. 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 Get the fuck out. Habt ihr davon. Habt ihr davon. War noch einer. Ich glaube, das war ein Streamsniper. Streamsniper ohne viel Talent. Ich erwarte. Danke. Okay. Gut, dass ich einen 4 habe. War noch einer. Haben wir es dann? So. Killer Armor. So schaust du aus. Okay. Na ja. Wie viele kommen da noch? Keine Ahnung, ey. Holy shit. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Streamsniper sind. Hundertprozent. Dankeschön für die fünf Gegifteten. Nochmal. Dankeschön für den Support. Ey. Fuck. Na, ich glaube, das war sogar eine Fünfer-Truppe. Ich glaube, das war eine Fünfer-Truppe. Ah. Keine Ahnung. Wir raffen alle nix. Let's go. Let's go. Let's go. Danke für die Hunde. Hi, 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 hi. Und Fox, danke für den Prime. Danke für den Support. Save my gear. Save my gear. Und für acht Monate. Danke, dass es den Prime bei mir lässt. Weiß ich zu schätzen. Ey, shit. So, ich muss erstmal mal die Quest machen. Erstmal Questen, und dann Lootmeer. Danke für den ganzen Support, Leute. Keine Ahnung, wirre Runde, ganz wirre Runde. Alter, das muss aber gerade verpixeln bei euch, oder? Das geht. Wir haben auch noch einen guten Tag für den Follow bekommen. Die haben aber ordentlich verkackt, ey. Holy shit. Muss man erstmal zusammenbringen. Ho regelmäßig rein. Huse ich habe должноbald, Space Ruf. Huse ich nach Kamera überfordert. ... Ich will wissen, ob ich den oben noch runtergeschossen habe. Kille ich Leute mit meinem Snurf? Ich kille Stream-Sniper. Fünfer-Gruppen mit meinem Smurf, ja. Macht Spaß. I like. Ich hoffe so, dass das echt so war, wie ich es mir denke. Dass das eine Fünfer-Gruppe ist und dass die richtig am Reinsnipen waren und richtig verkackt haben. Ich würde da gerne im Discord lauschen, ganz ehrlich. Das würde ich mir gerne anhören. Diese Genugtuung. Das war's ja schon. Besonders die ersten zwei da von dieser Dreiergruppe zum Schluss haben sich beide in den Rechtspeak gesetzt. Der letzte hat dann halt nachgepusht, nachdem ich gehittet war. Aber den konnte ich auf Sound Gott sei Dank pre-fieren. Ne, oben zahle es egal beim Zocken, Grumpy. Also ich habe 250 oben, aber ob du jetzt 80 oder 32 oder 250 beim Zocken hast, das ist egal. Bei der Musik merkst du es. So, jetzt muss ich mir die ganzen Jungs da noch einverleiben, ja. Fass ich das richtig? Okay. So, es schaut aus. Freut mich, wenn es gefällt. Das YouTube-Video heute war ein ziemlicher Schinken. 40 Minuten Kommentarrate im Resort, lohnt sich aber. War auch in der Nacht, 8 Kills. Fast so wie hier. Oben Glasfront, ja, machen wir natürlich. Wir haben ja noch 11 Minuten. Railway Exit, okay. Ich muss aufpassen, hier ist gleich das Gap-Party des Grauens. Wird nie. Wie ist. Wie ist so, hä? Scheiße. Ha, auf Interchange braucht man kein Night Vision, hä? Ich weiß. Ich weiß. Wieso auch? Hey, Feindflug. Hey, Feindflug. Oh, meine Fresse, ey. Der Nächste hat eine Killer-Armor an. Ah, Leute. Und mit Scope und sowas. Das PS-Armor. Das BP ist hier drin. Das hauen wir jetzt mal weg. Scheiß drauf. Ich brauche ein LKW, ja. Super, Mian. Super, Mian. Scheiß auf die AIDA. Scheiß auf die TTMDR. Boi. Ich brauche jetzt den Sound. Den Sound kann ich gerade nicht brauchen. Ich habe nicht auch keinen Mule mehr, ne? Das ist das Problem. Ich kann mich jetzt hier nicht vollkommen überlooten. Hm? Der Nächste. Hey, tenkiller. Servus. Oh, man. Oh, Gott. Oh, man. 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 Oh, man.